HiFi Setup Tours, die Folge 21. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge HiFi Setup Tours. Und ich bin schon richtig heiß. Ich glaube, uns erwartet heute Tolles. Wir legen direkt los mit dem ersten Setup. Und das erste Setup kommt von Rolf. Rolf aus dem Odenwald. Und wir schauen mal Gemeinsames rein. Ja, auf den ersten Blick schönes Setup im heimigen Wohnzimmer, so wie es aussieht. Und auch hier, Rolf, an dich wieder Grüße raus dafür, dass du mich hinten auf dem Fernseher drauf hast. Das freut mich immer. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum, aber naja. Und wir steigen ein mit seinem Vollverstärker. Ja, das ist ein Marantz PM8006. Und er schreibt, der sollte dir bekannt sein. Ja, so ist es. Den hatte ich auch eine ganze Zeit lang. Allerdings in Silber, nicht in Schwarz wie du. Damals hatte ich mich für diesen entschieden, weil ich Marantz eben gekannt hatte. Das eine solide Bank ist, wie ich finde, nach wie vor. Und der eine recht schicke Phonostufe schon eingebaut hat. Ein gutes Gerät, ja. Den Plattenspieler, den wir sehen, das ist ein Project Debüt Pro mit dem ATVM 750 Tonabnehmersystem. Er schreibt noch dazu Chia-Butterschliff. Und er hat ein zusätzliches Linearnetzteil, was er mit diesem Project Plattenspieler betreibt. Ich würde sagen, bei diesem Project schlichte Eleganz. Passt aber im Prinzip ja zu dem ganzen schwarz gehaltenen, vorrangig-matten Setup. Als CD-Spieler hat er den Denon DCD 1460 von Anfang der 90er Jahre. Also, ja, mehr oder weniger schon ein Klassiker. Er schreibt, das DAG ist ein SMSL-SU10. Und er schreibt, das ist ein tolles Teil. CD-Player ist auch über Klass angeschlossen und bringt wahnsinnig viel. Bin begeistert von dem DAG. Okay, interessant. Als Streamer nutze den Raspi 4 mit Volumio Software gesteuert über App. Quelle Kubus oder Kubus, wie ihr wollt. Ja, da bin ich ja im Streaming nicht so der Experte. Aber hört sich mal gut an. Kubus oder Kubus, wie ihr sagen wollt, klanglich natürlich super. Die Lautsprecher, die wir sehen, das sind Heiko Aurora 700. Ich überlege, ob wir die schon hatten. Also Heiko auf jeden Fall, ob er das Modell... Naja, egal. Auf jeden Fall hat er die angeschlossen mit Lautsprecherkabeln von AudioCrast. Kinch-Kabel sind von diversen Herstellern. Ja, der Vollständigkeit halber, was wir hier noch sehen, was er am Fernsehen noch angeschlossen hat, ist ein AVR von Denon, der X2600H DAB. Diese Lautsprecher, das sind Magnat 5.1 Arrangement mit Magnat Center 252. Und ein Blu-ray-Player von Sony ist hier noch dabei. Ja, kombiniert sein Stereo-Hifi-Setup am TV und aber fürs TV ein quasi eigene Komponenten. Ja, so kann man es doch auch machen. Dafür ist es noch, sage ich jetzt mal, relativ schlank. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, man wird von tausenden Geräten erschlagen. Ja, Rolf. Vielen Dank für dein Setup. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, ob das wirklich eine Steinwand ist oder Tapete. Ja, ist wahrscheinlich Tapete. Kannst ja mal drunter schreiben. Und das zweite Setup für heute. Ja, auf jeden Fall auf den ersten Blick mal wieder ein Highlight. Was Besonderes. Das kommt von Mischa aus Nürnberg. Und wir schauen gemeinsam rein. Schaut mal da. Ja, er ist hier nicht nur Hifi-mäßig, sondern auch im Atmos-Bereich unterwegs. Und die Rear-Lautsprecher, die sehen wir hier jetzt auf den Bildern nicht, schreibt er. Aber das sind kleine Hamann-Satelliten. Der Center, den wir hier sehen, das ist ein aktiver Yamaha-Monitor. Diese Haupt-Lautsprecher, das sind Audio Data Ambience. Völlig unterschätzt im Hifi-Bereich, sagt er. Also ich kann da nur mal dazu sagen, dass ich die optisch echt spitze finde. Das ist mal wieder was anderes. Auch vorne hier, wie das gestaltet ist mit der Abdeckung. Beziehungsweise das hellgraue ist die Abdeckung, das runde. Und hinten dran, das ist wahrscheinlich irgendwie ein fester Kunststoffaufbau auf dem Holz-Lautsprecher. Also das hat schon was. Die Lautsprecher, schreibt er, sind B-Amping-mäßig angesteuert. Wobei Mitten und Höhen von der kleinen Röhre Prima Luna Prolug 5 und die Bässe über die Zappelzeigemonos von Advanced Acoustic befeuert werden. Ja, alles klar. Das Kernstück seiner Anlage, schreibt er, ist ein Marantz AV 8805. Und er schreibt, das Ding ist spannend. Der kann nämlich Stereo genauso gut wie 13 Kanal. Okay, das ist doch mal eine Aussage, wenn das so ist. Er betreibt hier zwei Plattenspieler. Er schreibt, den braunen Plattenspieler, den hat er von seinem Vater quasi zur Geburt bekommen. Ein P600 mit einem raumbegrenzten ATVM 95SH. Ja, das ist bekannt. Wahlweise zur Wechsel-Headshell mit einem Schur auf Schellack. Ah, guck mal, spannend. Viel Einsendungen, die sagen, dass er Schellack spielt, hatten wir auch noch nicht. Und er schreibt, und ja, sein anderer Dreher, genau der Dreher, den ich auch nicht mehr hergeben will. Ah, guck mal da. Er hat auch den Dr. Feigert Woodbecker 2. Er schreibt, ich liebe dieses Gerät einfach. Ja, ich kann es verstehen. Deiner hier, muss ich sagen. Viele wissen ja, dass ich so ein bisschen auf Holzoptik stehe. Würde mir fast noch besser gefallen als meiner. Ich habe ja meinen Gebrauch gekauft und da ist das ja immer so eine Sache, was man bekommt. Also diese Kombination in schwarz, so wie du es hast, mit dem Holz vorne drin. Das gefällt mir schon echte Spitzenklasse, muss ich sagen. Er nutzt hier noch Kekes E-Phono Entzerrvorstufen und er schreibt, das Ding ist hier mit der Kombination einfach unheimlich musikalisch. Er sagt, die Nadel wäre eine Überraschung, das G1 von Sky Analog. Er sagt, er hat Diverses getestet und er ist der Meinung, in der Preisregion ist das ein Preis-Leistungs-Knaller. Er schreibt, der Tonarm ist ein bis aufs kleinste Detail kopierter Eigenbau. Oh, das ist jetzt aber mal ganz spannend. Die originalen Einpunkter aus der Bundeshauptstadt sind schlicht außerhalb meines Budgets. Ansonsten sagt er, alles hängt größtenteils mit selbstgemachten Strippen, also Kabeln, an Dynavox Stromleisten. Relativ unscheinbar und unsichtbar verlegt. Ja, Micha, muss ich wirklich sagen, mal wieder mega individuell, was du da geschickt hast. Finde ich ja immer gut, wenn die Leute so ihren eigenen Weg gehen. Echt spannend, was du da hast. Auch mal wieder was, das würde ich gerne mal hören. Besonders gemacht, tolle Komponenten. Ich danke dir, Micha. Und das nächste Setup kommt von dem Marc und wir schauen auch hier gemeinsam rein. Und auf den ersten Blick, ja, cool irgendwie. Marc schreibt übrigens, die HiFi-Tours sind ein wirklich toller Content. Es ist einfach wunderschön, wie wir alle unsere Liebe zur Musik und Technik teilen. Ein Multimetamin für die Seele. Ja, vielen Dank. So sehe ich das auch. Was sehen wir hier? Wir sehen seinen Plattenspieler. Das ist der Fluance RT81 mit dem Orthophon 2M Red Tonabnehmer System. Ja. Ein solides, recht verbreitetes System. Auch die Fluance-Plattenspieler, schon ein paar Jahre recht verbreitet. Habe ich aber selbst noch keinen getestet. Als CD-Spieler nutzt er noch einen Technics SLPS 900 von Anfang der 90er. Zweithöchstes Modell. 6,2 Kilo schreibt er. Sehr leises und hochwertiges Laufwert. Ah ja, top. Dann die Kombination Vorverstärker und Endstufe. Wenn ich mich nicht täusche, hatten wir die schon mal oder zumindest aus der gleichen Ära oder Linie. Als Vorverstärker Technics SU C800U kombiniert mit der Endstufe Technics SEA 900S. Und die finde ich ja wirklich mega schick. Ja, also ihr wisst ja, VU-Meter bin ich immer dabei. Und auch hier diese weiß-gelblichen großen VU-Meter. Einfach schon was fürs Auge, muss man sagen. Als Netzwerk-Player nutzt er den Acrylic SC. Er hat auch noch, oh, einen Minidisk-Player, den Technics SJMD 100. Ja, das ist schon wieder ein Minidisk-Player. Das ist vielleicht das nächste Revival hier. Hat er ja letztens bei der Setup-Tour, als ich bei Jörg zu Hause war. Der hat ja auch noch Minidisk da stehen. Naja, schauen wir mal. Diese Lautsprecher, die ich recht cool finde auf den ersten Blick, sind Pilot CD401. Er schreibt, ich liebe sie, so lebendig und dynamisch. Produziert in Walluf, Deutschland, bis K991. Danach war die Firma verschwunden. Ja, cool. Sieht auch fast so aus, als wären das die passenden Ständer dazu. Wobei man, glaube ich, damals vieles in der Richtung so gemacht hat. Finde ich recht cool. Ja, ein sehr schwerer, wie es für mich aussieht, klassischer Drei-Wege-Lautsprecher. Aber sehr interessant auch, dieses eckige Design, beziehungsweise wo die Ecken so ein bisschen abgekantet sind, sage ich mal. Hat was, wirkt recht zeitlos auf mich. Den Kopfhörer, den wir hier hängen sehen, das ist ein Sennheiser HD 598. Als Kabel hat er verwendet Wireworld in Akustik, Netzleiste von HMS und Lautsprecherkabel von Sommerkabel. Ja, also alles so ein bisschen vertreten, so ein Kabelmix. Warum denn auch nicht? Ja, Marc. Also ich muss sagen, mir gefällt das wirklich sehr gut. Das sieht irgendwie sehr gemütlich aus und trotzdem irgendwie unkompliziert. So kommt es mich vor, da unten unter der Schräge, unter dem Dach bei dir. Hast du bestimmt eine schöne Zeit mit deinen Platten. Auch cool irgendwie hier. Die paar Platten, die du hier hinten so an der Wand dran hast. An dem Wandhalter vielleicht für frische Sachen oder Sachen, die du demnächst hören willst oder so. Ja, wahrscheinlich. Vielen Dank, Marc. Weiter geht's mit einem schicken Setup von Olaf aus Tribur. Wir schauen gemeinsam rein. Das ein oder andere Bekannte direkt auf den ersten Blick. Ja, ein bisschen anders jetzt wie die anderen Sachen. Eher, sagen wir mal, Silber und Weiß Richtung Modern das Ganze. Aber wir schauen mal. Und zwar einer der Komponenten, die natürlich direkt ins Auge fallen und großen Wiedererkennungswert haben, ist der Plattenspieler von Transrotor. Das ist der Z1, also ZET1. Umgebaut auf zwei Motoren, 80 mm Plattenteller und den Rega RB3000 mit Valencia sowie der RB330 mit dem wohlbekannten Orthophon-Pleg. Ja, er hat hier, wie ihr es gerade beschrieben habt, wie ihr es auch direkt sehen könnt, zwei Tonarme verbaut. Kann man ja machen und auch ein Pinsel läuft mit, einen Besen. Als Phono-Vorstufe nutzt er Ovation PH 8.3. Als Vorstufe-Endstufe-Kombination die Vorstufe Ovation PA 8.2. Die passende Endstufe Ovation SA 8.2. Und auch CD, Ovation CD 8T revidiert auf 8.2. Die Lautsprecher, die wir sehen, ist die zweite Komponente mit hohem Wiedererkennungswert. Wie ich finde, man sieht direkt, das sind Kantons, sind hier die Präferenz 2.2 DC. Ebenfalls streamen tut er mit einem, ja, auch recht verbreiteten Note N130. Er hat ebenfalls noch einen Netzfilter, den AF 3500 von Inakustik im Einsatz. Er schreibt, verkabelt ist das Ganze mit AudioQuest und Isotec. Ebenfalls eine Plattenwaschmaschine hat er im Einsatz. Das ist eine Opera. Ja. Und ich gehe davon aus, du hast hier so ein bisschen das Rack-Lowboard selbst gebaut, mit den Füßen hier darunter. Das passt eigentlich gut. Ich bin ja so ein schrecklicher, wie sagt man, Symmetrie-Fetischist. Also mich würde es jetzt stören, dass das nicht ganz mittig zwischen den Lautsprechern steht. Und ja, vielleicht, weiß nicht, vielleicht könnte man noch was machen, wo die zwei Geräte unten, die am Boden stehen, doch noch irgendwie ein Brett haben, wo sie so ein bisschen draufstehen mit einer kleinen Erhöhung oder so. Aber ja gut, das ist natürlich deine Sache. Aber das ist so, was mir so auffällt. Und den Klassiker, das muss ich natürlich auch nochmal sagen, aber vielleicht hast du hinten dran, vielleicht ein schöner Teppich würde vielleicht auch noch Gutes tun. Aber kannst dir ja gerne mal was dazu schreiben. Ja, gefällt mir gut. Auch deine Akzente hier in Rot mit den Pflanzen mag ich eigentlich auch immer dabei. So Pflanzen, ansonsten sieht das ja modern aus. Gefällt mir, dass das alles so in eins gehalten ist. Kann man ja auch gut machen, hier wie der Olaf, wenn man sagte, Ovation, das ist so mein bevorzugter Hersteller. Da kaufe ich mir alles in Silber, das passt schön zusammen. Sieht natürlich super aus. Bei mir hat das bisher noch nicht so geklappt. Ich kaufe mir dann eins, probiere nochmal was anderes. Dann ist mir die Optik nicht so wichtig. Dann stelle ich das hin, dann funktioniert das, dann behalte ich das. Ja, jetzt mein Rega Toploader in glänzig schwarz steht jetzt oben im Setup. Das passt irgendwie auch nicht richtig zusammen, aber das soll mal zweitrangig sein. Aber ich finde es schon cool, wenn es zusammenpasst wie bei dir. Vielen Dank, Olaf. Übrigens, bevor wir zum letzten Setup kommen. Wenn ihr öfters auf meinem Kanal seid, auch Spaß an den HiFi Setup-Tours habt oder auf den Plattenvorstellungen, seid doch mal so nett. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst mir doch auch mal ein Abo da. Das würde mir wirklich weiterhelfen. Und lasst mir auch mal einen Daumen nach oben da. Weil wenn ich immer sehe, wie viele das schauen, wie viele das kommentieren, sich freuen, aber wie wenige Daumen es gibt, da würde ich mich wirklich mal über den ein oder anderen Daumen nach oben freuen. Aber weiter geht es mit dem letzten Setup und das kommt von Thomas. Und auch hier wieder ganz individuell und was anderes. Und jetzt gibt es einen Haufen Geräte, wie ihr seht. Es geht los. Er hat zweimal T&A A1500 Stereo-Endstufen in Mono gebrückt. Beide Endstufen im B-Wiring-Betrieb. Er hat einmal T&A Pre-DA 3000 digitaler Röhrenvorverstärker. Einen T&A T1210 R-Tuner, also Radio-Teil. Er hat einen T&A CD 1500 CD-Player. Also wir sehen auch hier einen bevorzugten Hersteller bei dem Thomas, in dem Fall T&A. Und wir sehen die T&A 25 Jubilee Transmission Line Lautsprecher. Oh ja, also ich glaube, die sind auch schon etwas älter oder täusche ich mich? Ich kann es nicht sagen, aber so rein optisch würde ich davon ausgehen. Die hätten mich jetzt optisch mal ohne die Abdeckungen interessiert. Er betreibt noch ein Kassettendeck, das Braun C4. Als Phono-Vorverstärker nutzt er Elac PPA2 Phono. Was wir auch noch sehen, ist eine Bandmaschine. Finde ich in letzter Zeit auch wieder häufiger. Dass jemand eine Bandmaschine hat, muss ich schon sagen. Das ist die Revox B77MK2. Auch ein recht bekanntes Gerät. Ich weiß es gar nicht. Machen die das nochmal neu? Ist das jetzt ein neues? Ich weiß es nicht. Es gibt auf jeden Fall ein altes und kann sein, dass das auch nochmal neu aufgelegt wurde, wenn ich mich nicht irre. Und er hat auch noch einen wirklich schönen und zumindest bei meinen Hi-Vis-Adaptors nicht gerade verbreiteten Schallplattenspieler. Das ist der Luxman PD171. Und der ist wirklich ein optisches Highlight, wie ich finde. Also Wahnsinn. Kannst du mir mal noch dazu schreiben, was der Plattenteller ist, der so mit den Löchern da drin hat? Vielleicht was mit dem Gleichlauf oder mit der Ruhe zu tun? Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Das habe ich so noch nicht gesehen. Und er nutzt noch einen Reloop RP7000MK2. Zwei Plattenspieler. Hat er natürlich auch zwei Tonabnehmer-Systeme. Er hat einmal ein MC-System, das Goldnode Donatell Red. Und er hat ein MM-System, ein Audio-Technica VM95SH. Ja, ist bekannt. Netzfilter hat er zwei Stück im Einsatz von Vincent, die PF1. Mehrere NF-Kabel von Heaven's Gate Audio plus Goldkabel. Kroneberg und Supra-Netzkabel. Alles also ausgefasst, angeschlossen. Und er hat hier auch noch ein paar Anmerkungen. Sehe ich gerade. Das ist gut. Er schreibt zu dem Reloop. Einmal gekauft fürs Arbeitszimmer, hat er es jetzt ins Wohnzimmer geschafft. Unfassbar, wie gut das Gerät ist, sagt er. 11 Kilo schwer und super verarbeitet. Schöner Arm. Zusammen mit dem Donatello Red ein echter Knaller. Und dazu schreibt er Donatello. Für mich das beste MC-System unter 2000 Euro. Unfassbar, was hier für den Preis geliefert wird. Ja, und er schreibt, auch das AT95SH von Audio-Technica ist für den Preis ein Knaller. Ja, ist ja auch wirklich bekannt und verbreitet. Und steckt ein Orthophon-VM-Red locker in die Tasche, meint er. Zu seinem Luchsmann schreibt er, ein Plattenspieler für die Ewigkeit 25 Kilo schwer. Ja, das sieht man dem Gerät an. Sehr, sehr solide. Er schreibt noch zum Schluss noch was zum Hersteller T&A, was wohl von ihm bevorzugt wird. Schreibt, die Geräte klingen keinenfalls analytisch oder kalt, wie so oft behauptet wird, sagt er. Die zwei Röhren im VV tun dem Klang gut. Und ja, spitze Thomas, also wunderbar. Mir gefällt auch wirklich nochmal diese Kombination zwischen Wohnzimmer, Lowboard und Rack, was du da gebaut hast. Auf den ersten Blick würde ich auch wieder sagen, das muss was Selbstgemachtes sein. Dieser hölzerne Aufbau zumindest, weil da passt ja wieder alles rein wie angegossen. Kannst du ja auch gerne nochmal drunter schreiben. Und für mich hier definitiv das Highlight, dein Luchsmann-Plattenspieler. Also ich finde, der ist wirklich schick. Thomas, hat mich wirklich gefreut. Ich danke dir für deine Einsendung. Alle, die auch mitmachen wollen, schickt mir gerne euer Setup an info at soundingrooves.de. Macht ein paar schicke Bilder, schreibt mir gerne Text, aber packt mir doch eure Aufstellung der Geräte übersichtlich kompakt zusammen, dass ich mir das nicht so im Text raussuchen muss. Ansonsten würde ich sagen, schaut doch noch ein paar alte Highlight Setup-Tours von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann, dann.